Andreas Gabalier lüftet das Geheimnis hinter seinem Mega-Hit I Sing Aliyat für die. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video erzählt der Sänger, wie der Song entstanden ist. Nach einer feuchtfröhlichen Nacht kam ihm um vier Uhr morgens die Idee zu dem Lied. Mit etwa 3,42 Promille saß er in der Badewanne und schrieb den Hit, der ihm zum Durchbruch verhalf. Auf dem Heimweg von einer zünftigen Feier sang er »I Don't Feel Like Dancin« von den Scissor Sisters. An einer Bushaltestelle traf er ein Mädchen, das über seinen Gesang lachte. Spontan sagte er zu ihr »I Sing Aliyat für die«. Dieses Erlebnis inspirierte ihn zu dem Song, der später 88 Wochen in den Charts war. Andreas Gabalier, geboren am 21. November 1984, ist seit Jahren eine feste Größe in der Musikszene. Bekannt als der Volks-Rock'n'Roller, verbindet er Volksmusik mit Rock-Elementen. Seine einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne begeistert Fans im gesamten deutschsprachigen Raum. Seine Fans schätzen seine spontane Art zu komponieren und die persönliche Note in seinen Liedern. Privat genießt Andreas sein Leben als Single und widmet sich voll und ganz seiner Musik. Er betont oft, wie wichtig ihm Authentizität in seinen Songs ist. Seine offene und humorvolle Art macht ihn zum sympathischen Geschichtenerzähler. Bald feiert er seinen 40. Geburtstag mit einer großen Party. Fans dürfen gespannt sein, welche Überraschungen er noch bereithält.